Jetzt Bauer Call Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call. Ich grüße alle auf TV Schwerin, MV1 und alle angeschlossenen Rundfunkstationen. Ja, ich bin unterwegs in der Stadt. Ich verpulve wieder Kraftstoff, weil die ganzen Diskussionen, die wir haben, haben wir es doch eigentlich falsch gemacht. Wir hätten mal den Konsum im Dorf lassen sollen, dann hätten wir auch nicht so viel hin und her fahren müssen, wegen unserer Grundbedürfnisse. Aber den Konsum, den haben wir ja kaputt gemacht. Und jetzt wollen wir alle ständig mobil sein. Daran können doch nur die verdienen, die das Öl haben. Egal, ob das jetzt Diesel ist oder so ein schöner Alter Bezin. Ich habe zum Glück meinen Parkers behalten. Dadurch kann ich die Mädels von der Feldbau-Pengarde aus dem Dorf noch mitnehmen. Denn haben wir wenigstens eine Fahrgemeinschaft. Hau rin und bies nicht in.